Liebes Publikum, heute begrüßen wir Sie ganz herzlich aus dem kleinen Saal der Musik- und Kongresshalle Lübeck. Nach der großen Renovierung im vergangenen Oktober erklangen anlässlich der Schlüsselübergabe in diesem Raum wieder die ersten Töne. Damals spielten wir den ersten Satz aus Mozart's Streichquartett in G-Dur Köchelverzeichnis 387 und den ersten Satz aus dem berühmten Klarinettenquintett. Nach langer Pause freuen wir uns sehr, heute wieder in diesem wunderbaren Raum zu sein und beide Stücke für Sie noch einmal spielen zu dürfen. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. 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 Amen.